Wenn wir über deutsch-türkisches Feingefühl reden, dann sollten wir uns nicht die Chance entgehen lassen, auch mit ihr zu reden. Tochter türkischer Gastarbeiter, geboren und aufgewachsen in Freiburg, aufgewachsen mit Sprüchen wie, krass, du trägst ja gar kein Kopftuch. Kein Kopftuch, aber dafür umso mehr Talent, was dazu führte, dass sie Teil einer der bis heute erfolgreichsten Girlbands Deutschlands wurde. Herzlich Willkommen, Bahar Kizil, richtig ausgesprochen, einigermaßen. Schön, dass du da bist, Bahar. Ich schaue ganz gerne, ja. Also gerade, wenn es natürlich auch Auslandsspiele sind, WM, EM, das gucke ich auch. Was ist denn, so wie heute Abend, wenn in deiner Seele schlagen ja auch mindestens zwei Herzen, wenn eine türkische Mannschaft gegen eine deutsche Mannschaft, ich meine, du bist Deutsche, geboren mit einem deutschen Pass, aber hast natürlich diese türkischen Wurzeln, wofür geht's dann? Es ist immer sehr schwierig. Also man hat ja natürlich dadurch, dass man auch hier lebt, mehr Bezug vielleicht auch ein bisschen zu der deutschen Mannschaft. Ich kenne auch mehr deutsche Spiele als jetzt die türkischen, aber das türkische Herz schlägt halt automatisch immer mit, wenn man weiß, die Türkei spielt. Das ist völlig egal. Mit dieser Antwort kann man direkt beim diplomatischen Dienst anfangen. Also ich bin da ganz ehrlich, also immer der Bessere sollte gewinnen. Also das ist mir echt immer so, das ist so gar nicht so, das ist so gar nicht das, was so die Männer hören wollen wahrscheinlich. Das ist richtig, wir wollen eine klare Ansage. Wir können auch mit der Wahrheit leben, auch wenn es hart ist. Aber ich mag zum Beispiel, egal wie sehr ich eine Mannschaft vielleicht verehren würde, wenn sie ungefähr spielt, finde ich es auch doof, also dann bin ich eher für den anderen. Tut mir echt wahnsinnig leid, aber wenn ich... Nein, die Türken haben ja das Problem, dass sie wirklich, die Deutsche so, sagt er. Das heißt, wie, das musst du, ich hab doch kein Beispiel mit Haar. Großer Spaß, wir freuen uns über den Besuch einer Frau, der namlich immer noch nicht richtig aussprechen kann. Baha, wie macht man es genau? Baha? Bahar. Und Nachname? Kizu. 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 Die Vokale klonst man so weg, ja? Ja. Die war bei den Monroes, ne? Ja. Wie blickst du denn auf diese Zeit zurück? Ist ja schon ein bisschen her, ne? 2006? 2006 haben wir angefangen, richtig. Ja. Da haben wir gewonnen. Und bis 2010, Ende 2010, Anfang 2011, da haben wir uns getrennt. Und ging es dann zu Ende. Und das war aus deiner Sicht heute, mit dem Abstand von ein paar Jahren eine gute Zeit, eine erfolgreiche Zeit? Definitiv. Oder etwas von dem du sagen würdest, wenn meine Kleider damit mal ankommt, werde ich dir sagen, alles nur nicht Monroes und auch nicht Popstars? Es war definitiv eine meiner besten Zeiten. Also wirklich sehr turbulent, wir haben sehr viel gesehen, sehr viel gereist. Also es war, wir haben sehr viel gearbeitet, es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und du hast wahrscheinlich zu Hause eine Welle der Begeisterung ausgelöst, als du sagtest, Mama, Papa, ich brech jetzt dafür die Schule ab. Äh, jein. Also so zum Teil, meine Eltern haben mich halt schon sehr früh unterstützt mit der Musik. Ich habe mit zehn Jahren angefangen und das war halt keine Passion, die sich irgendwie mit einem Casting entwickelt hat, sondern halt schon sehr früh begonnen hat. Und dadurch, als ich dann halt eben mit diesem Casting-Zettel um die Ecke kam, war das eigentlich gar keine Frage, sondern es war eher so, okay, geh mal hin und guck mal, was dabei rauskommt. Und, äh, als ich natürlich gewonnen habe, ging, kam es gar nicht mehr anders, als zu sagen, ich muss die Schule abbrechen. Aber deine, deine Eltern, äh, türkische Einwanderer, ne? Klassische Gastarbeiter? Richtig. Meine Großeltern Gastarbeiter. Ach, die Großeltern. Richtig, genau. Also meine Großeltern sind, äh, vor, ja, knapp 50, 55 Jahren ungefähr, äh, nach Deutschland eingereist und haben dann, äh, als Gastarbeiter, eine der ersten Gastarbeiter hier gearbeitet. Und, äh, dein Vater im Speziellen, auch deine Mutter, waren da sehr tolerant und hatten auch kein Problem damit, dass du ins Fernsehen gehst, dass man auch dann sich nicht bis zur Unkenntlichkeit bekleiden darf, wenn man auf so einer Bühne steht und so weiter? Ja, also klar, natürlich, also bis zu einem gewissen Grad, mein Papa schmunzelt da immer so ein bisschen, aber ich glaube, das ist eher so aus der Rolle des Vaters heraus. Ich glaube, dass kein Vater gerne seine Tochter in gewissen, äh, Zügen oder Vorzügen einer Frau irgendwie in der Öffentlichkeit sehen möchte. Aber ich wurde sehr offen erzogen. Mhm. Ja. Ähm, du hast auch mal gesagt, ich bin im Grunde über Nacht erwachsen geworden. Ich musste da, äh, alles vergessen, was ich bis dahin in der Jugend, Kindheit auch hatte. Wie alt warst du, als das losging? 17. Das ist ja kein Alter. Ne, also es ist definitiv vor allem ein Alter, wo man wahrscheinlich andere Sachen machen würde, als zu arbeiten oder viel umherzureißen. Ja, und es geht auch gar nicht ums Arbeiten, wenn plötzlich dieser ganze Wahnsinn über dich hereinbricht, also die, die ganzen Interviewgeschichten, äh, die ganzen Scheinwerfer. Plötzlich bist du so ein gefragter Mensch, alles reißt sich um dich. Ja. Und dann kriegt man das irgendwie gebacken, viermal Platin und Gold und was ihr da alles abkassiert habt. Ihr wart wirklich richtig erfolgreich. Man realisiert das nicht. Also das geht alles so wahnsinnig schnell, auch diese Popstars-Maschinerie damals. Man war so abgekapselt, man, dieses Social Network war damals nicht so weit verbreitet wie heute. Man hatte ein Handy und damit hat man telefoniert und mehr ist damit nicht passiert. Und heutzutage hat jeder schon seine eigene Like-Seite, wenn er zu einem Casting geht. Das war bei uns damals nicht der Fall. Also wir sind rausgekommen, nach sechs, sieben Monaten Casting-Zeit und auf einmal war es so bekannt und jeder wollte ein Stück von dir haben und das war schwierig mit umzugehen, klar. Das ist unglaublich, ne, wie sie das erzählt, so als würde sie aus einer fernen Vergangenheit ohne Facebook und Twitter und so weiter sprechen. Tatsächlich, ja. Dabei ist das nur ein paar Jahre her, ne? Ja, ja. Aber würdest du sagen, das war euer großes Glück, ein Segen auch, dass es das damals so in der Form nicht gab? Definitiv. Dass ihr die Möglichkeit hattet, die Schotten dicht zu machen? Schotten dicht zu machen und sich auf, ich bin der festen Überzeugung, dass man heute sehr stark den Fokus nur auf das Äußere legt. Also auf das, was man gerne nach außen tragen möchte, weil es gerne die Gesellschaft sieht, ja. Also schon irgendwie dieses Selbstdarstellerische, dieses Profilierende. Das war damals bei uns eben nicht so der Fall. Vielleicht war es auch deswegen so erfolgreich. Mhm. So und dann ging es richtig ab. Ich glaube, wir haben ein paar Bilder vorbereitet mit dem, was ihr damals gemacht habt. So ein kleines Best-Off. Hier sind die Monroe's. Schauen sie mal. So Prinzessin. Jure Kleine. Absolutely. Immer süß, immer bezaubernd und seitdem wir ein, zwei Ansagen mal gemacht haben, auch total offen. Und worauf bist du noch? Du bist weiter. Ich habe die große Ehre, dir heute Abend mitteilen zu dürfen, dich Susanna auf die Bank auf die Bank. Ich bin so ein Mensch, ich gucke mir sehr ungern Sachen von mir an. Ich weiß nicht. Aber ich finde, du kannst sehr stolz auf dich sein. Das war live gesungen. Das ist etwas, was viele so nicht hinkriegen. Wie bist du mit dem Druck dann umgegangen? Wie hast du das gespürt? Ich meine, man muss ja dann auch liefern, wenn man dann plötzlich so aufgebaut wird und du weißt, da steht eine große Plattenfirma dahinter, die wollen jetzt was sehen. Ja, das war, wir wurden aufgebaut halt wie so eine Front. Also es gab natürlich einmal so die erste Front, das ist das nach außen Tragende. Einmal wir, die Band und das Management. Unsere Managerin damals war für uns wahrscheinlich Schwestermutter und Managerin und aber auch Kindermädchen gleichzeitig. Also das war so die einzige Bezugsperson, mit der man eigentlich alles aufgebaut hat. Und hinten dran natürlich die ganzen Labels und Firmen. Auch der Senna damals natürlich. Und das hatte natürlich viel Druck, klar. So, und wenn man dann jetzt einen harten Schnitt macht und wir gehen mal sehr viel weiter in das Jahr 2011. Da habt ihr euch getrennt und das mal gesagt, dann stehst du plötzlich morgens auf und bist erst einmal einfach nur wieder wahr. Ja, das hat angefangen, man muss das immer so sehen. Irgendwann Ende 2010, das war kurz vor unserem vierjährigen Jubiläum. Und wir lagen da im Bett und haben dann gesagt, okay krass, morgen haben wir die Pressekonferenz beim Dome und dann ab morgen gibt es uns eigentlich praktisch gar nicht mehr. Also wir werden nicht mehr gebucht, außer das, was vielleicht halt noch verbucht war. Und dann hast du diese Pressekonferenz und dann fährst du nach Berlin in deine Wohnung und wachst am nächsten Morgen auf und merkst du, boah krass. Also du bist zwar immer noch ein Stückchen davon, aber eigentlich gibt es das nicht mehr. Also was machst du jetzt? Das war, es klingt vielleicht banal so für den Ausgestellenden. Nein, das klingt gar nicht banal, weil dann ja auch alles andere, was dazugehört, die ganzen Nebenwirkungen ja auch alles weg ist. Also die Scheinwürfer und die Interviews und das Rampenlicht. Ja, also man muss damit glaube ich erstmal klarkommen. Gerade natürlich als jemand, der gerne in der Öffentlichkeit steht, also als Künstler vor allem, ist das glaube ich sehr schwer zu verkraften oder zu verarbeiten, weil halt dieses städtische, wir neigen ja immer sehr dazu irgendwie ständig irgendwas machen zu müssen. Also wir sind wahnsinnig unter Strom. Also ich persönlich kann das von mir sagen. Ich bin so jemand, wenn ich eine Woche im Urlaub bin, habe ich immer das Gefühl so, das ist eine Woche, in der du nichts gemacht hast. Also ich verbinde das immer mit etwas Negativen. Und da musste er erstmal versuchen, dann wirklich in diesem Becken zu schwimmen und irgendwie Halt zu finden. Von 0 auf 100 und wieder zurück. Genau, ja. Ich wusste auch ganz bewusst, also ich habe mich damals dann von allem getrennt, komplett auch abgekapselt, weil ich wusste, ich muss erst einmal komplett alleine mich finden, in meiner Familie, in meiner Freundschaft, in meinem eigenen Leben, um zu sehen, mit wem ich arbeiten will und kann und zu sehen, was eigentlich mit mir passiert ist. Weil in diesen vier Jahren war es keine Zeit dafür. So und hast dann zwei Entscheidungen getroffen zum Schluss. Zum einen eine sehr vernünftige. Du machst Abitur. Ja, ich habe in drei Wochen Abiturprüfung. Ja. So. Das heißt, dass jemand clever und denkt auch mit. Und zum anderen erscheint eine neue Single von dir. Du machst es jetzt alleine mit dem schönen Titel? Gossip Bitch. Gossip Bitch. Wolltest du nicht sagen. Ja. So. Und ich will dir jetzt die Frage ersparen, was dein Vater zu diesem Foto sagt möglicherweise. Ich glaube, er hat es noch nicht gesehen. Er hat es noch nicht gesehen. Du wirst einen guten Grund geerbt haben. Also Bah, alles Gute dir. Vielen, vielen Dank. Drück die Daumen, dass das so funktioniert und selten jemanden gesehen, der so reflektiert, über so einen Wahnsinn, der er in sehr jungen Jahren erlebt hat, gesprochen und erzählt hat. Herzlichen Dank dafür. So. Und bei uns? Bei uns eine Frau. Ich habe es eingangs schon gesagt. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch bei den anderen Gästen der Sendung. Bei der zweiten Dame in der Runde. So ungefähr. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ralf Schmitz auf großer Deutschlandtour. Vielen Dank.